Ziertl ist ein aufstrebender Ort. Die Lage auf der Sonnenseite, die zwei Bäche durch den Ort als lebensspendende Adern, die geschichtsträchtige Martinswand, die Römer-Siedlung Martinsbühl und der riesige Naherholungsbereich im Alpenpark Karwendl machen Ziertl zu einem lebenswerten Ort in unserer Heimat Tirol. Mit der letzten Wahl entschieden sich die Zählerinnen und Zähler für einen Wechsel, für Weiterentwicklung, für Eigenständigkeit und für ein lebendiges Ortsleben. Die Zählerinnen und Zähler schenkten meinem Team Ziel aktiv und mir das Vertrauen. Rückblickend war das Umfeld nicht immer einfach. Überregionale Strömungen wie steigende Arbeitslosigkeit und schwierige wirtschaftliche Zeiten verlangten meinem Gemeinderat und mir alles ab. Sicherungsbauten gegen Naturgefahren wurden gut saniert. Ob Mure, Hangrutsch oder Steinschlag, die Sanierungen haben enormer finanzieller Anstrengungen bedurft und viele Personalressourcen gebündelt. Wir haben die Herausforderungen angenommen und unsere Maßnahmen haben gegriffen. Die vergangenen sechs Jahre Arbeit für Ziertl haben sich ausgezahlt. Ziertl ist lebenswert. Ziertl ist lebendig. Ziertl hat mit dem B4-Veranstaltungssaal wieder eine Kultur und Tradition, die sichtbarer und spürbarer geworden ist. Kulturveranstaltungen geben unserem Ortsleben wieder einen schönen Stellenwert. Ziertl hat sich überdurchschnittlich entwickelt. 400 Arbeitsplätze wurden bereits geschaffen und ebenso Rahmenbedingungen für weitere 350 Arbeitsplätze. Das Ortszentrum wurde revitalisiert und die Schwab- und Meilstrasse wieder bewohnt. Die Sicherheit und der Lärmschutz wurden ausgebaut. Kindergärten wurden neu geschaffen und ausgebaut. Das Kinderbetreuungspersonal hat sich verdreifacht. Und der Veranstaltungssaal wurde realisiert. Die harte Arbeit gemeinsam mit dem Gemeinderat hat Ziertl noch lebenswerter und lebenswerter gemacht. Es gibt nur viel zu tun. Doch der Weg stimmt. Wir haben bereits vieles erreicht. Unser Budget ist ausgeglichen. Die Einnahmen wurden gesteigert und Vermögen für die Zierlerinnen und Zierler geschaffen. Ziertl soll in Zukunft noch lebenswerter für Familien und alle Generationen werden. Und durch Umwelt- und Energiemaßnahmen auch für nachkommende Generationen eine Gemeinde bleiben, in der man sich wohlfühlt. Entscheidungen benötigen Mut und Entschlossenheit. Diese haben wir bewiesen. Die Richtung stimmt. Mit eurem Vertrauen entwickeln wir Ziertl weiter. Ziertl lebt. Ziertl ist stark.